auf den Kuba-Libremann. Er nippt an seinem Glas und stiert betrunken vor sich hin. Vermutlich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, ihm in Erinnerung zu rufen, dass er ebenfalls ein Zuhause besitzt. Er sieht jedenfalls so aus. Außerdem möchte ich lieber nicht daran denken, was passiert, wenn er kurz auf dem Klo verschwindet. Die Sauerei will ich lieber nicht wegmachen. Tut mir leid, aber wir schließen jetzt. Ich schenke ihm mein schönstes Lächeln. Die Jahre in der Servicebranche zahlen sich eben aus. Er sieht mich an, als wäre er gerade aus einem bösen Traum aufgewacht. Ich würde gern abkassieren, füge ich erklärend hinzu. Es dauert zehn Sekunden, in denen meine Worte durch sein vom Alkohol benebeltes Hirn wabern und er die Information verarbeitet hat. Er nickt schwach. Klar, kein Problem. Macht 31,50. Er sieht mich überrascht an und ich fühle mich verpflichtet, ihm die Rechnung zu erklären. Sieben Cocktails? Für 4,50. Mittwochs ist bei uns Happy Hour. Er nickt erneut langsam und auf seinem Gesicht macht sich ein Lächeln breit. Jetzt sieht er richtig sympathisch aus. So günstig habe ich mich lang nicht mehr betrunken. Er kramt umständlich in seiner Jackentasche herum und ich habe einen Augenblick Angst, er könnte vom Stuhl fallen. Im letzten Moment fängt er sich wieder. Ich habe Mitleid mit ihm. War ein mieser Tag, was? Jep. Dann kommen Sie mal gut nach Hause. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Er schüttelt den Kopf.